Hallo, heute C1 Schreiben mit ungefähr 200 Wörtern. Das Thema ist eine Grafik beschreiben. Das Thema dazu heißt Freizeitgestaltung von Jungen und Mädchen. Wir haben diese Grafik hier, wir müssen diese Punkte bearbeiten und wir beginnen gleich mit dem Text. In der vorliegenden Grafik geht es um die Gewohnheiten der Jugendlichen in der Freizeit. Die Quelle dieser Grafik ist Shell Jugendstudie. Aus der Grafik geht hervor, dass Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren in bestimmten Bereichen teilweise sehr unterschiedliche Präferenzen haben, was ihre Freizeitgestaltung angeht. Andererseits gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Mädchen und Jungen in der Freizeit gerne Leute treffen oder auch Fernsehen. Eine weitere Ähnlichkeit bei der Prozentzahl findet man betreffend Freizeitsport. Große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen findet man beim Thema Shoppen. Nur 5% der Jungen, jedoch 27% der Mädchen geben an, häufig shoppen zu gehen. Umgekehrt geben 33% der Jungen an, oft Computer zu spielen und 34% sagen, dass sie gerne im Internet surfen. Hier merkt man, dass offensichtlich dieses Prüfungsbeispiel schon etwas älter ist. Demgegenüber liegt die Anzahl der Mädchen bei diesem Punkt nur bei 8%. Wenn man diese Ergebnisse mit meinem Heimatland vergleicht, dann gibt es wahrscheinlich große Übereinstimmungen. Bestimmte Grundtendenzen treten wiederholt auf. Ich persönlich habe als Kind auch sehr gerne Sport gemacht und war von Computerspielen begeistert. Aus diesem Grund überrascht mich die Prozentzahl in genannten Bereichen nicht. Bezüglich des Freizeitverhaltens der älteren Generation vermute ich, dass Aktivitäten mit der Familie eine höhere Priorität besitzen, als bei den Jugendlichen. Hier haben wir also eine Reihe guter Schlüsselsätze zum Beispiel. In der vorliegenden Grafik geht es um und dann sagst du das Thema. Die Quelle dieser Grafik ist und hier nennst du dann den Namen und die Quelle. Super Satz. Aus der Grafik geht hervor, dass oder in dieser Grafik kann man sehen, dass. Und wenn du dann den konkreten Teil aus dieser Grafik beschreiben möchtest, kannst du Bereich oder Punkt oder Thema sagen. Eine schöne Konstruktion ist auch einerseits andererseits. Dann hast du hier gibt es Gemeinsamkeiten oder Übereinstimmungen. Hier gibt es Ähnlichkeiten. Andererseits gibt es hier Unterschiede. Hier gibt es Divergenzen. Ein schönes Wort ist auch betreffend, also wenn etwas mit einem Punkt zu tun hat. Hier zum Beispiel betreffend Freizeitsport gibt es Ähnlichkeiten. Betreffend Shoppen gibt es deutliche oder klare Unterschiede. Bei einer Prozentzahl sagen wir oft beträgt 1%. Du musst also nicht nur ist sagen, die Anzahl an Jungen, die gerne Computer spielt, ist so und so viel Prozent, sondern beträgt. Zum Beispiel 33%. Schön ist auch das Verb angeben. Zum Beispiel 50% der Leute geben an, dass sie jeden Tag fernsehen. Im Vergleich zu dieser Statistik ist in meinem Heimatland Fernsehen nicht so beliebt. Diese Statistik überrascht mich sehr oder diese Statistik überrascht mich gar nicht. Wenn man diese Statistik mit der Situation in meinem Heimatland vergleicht, trifft man auf viele Gemeinsamkeiten. Wir sehen uns beim nächsten C1-Video. Noch viel Spaß beim Deutsch lernen und einen wunderschönen Tag.